Los geht's, die Hoffenheimerinnen gewohnt in blau und weiß zunächst von rechts nach links, brauchen dringend die drei Punkte, aber auch die Turbine in rot. Anna Feldkamp, schon 13 Länderspiele auf dem Buckel, genauso wie sie jetzt ihr erstes, Sarai Linder, gute Flankehre, und er steht 1-0, abseits, abseits, Köstler gegen die alte Liebe zur Stelle, aber genau hingeschaut. Oh, das ist viel Glück gewesen, er kommt nämlich an, Sarai Linder. Geborenen sind zu einem Meer, geht fast gar nicht, Verwurzelung mit diesem Klub. Und die Bombege, Naschenweng, kriegt sie den nach oben, den kriegt sie, oh, und er steht 1-0. Ausgerechnet, die in Potsdam geborene, umzingelt, umgeben von zweien, von dreien, ganz in rot. Aus Potsdamer Sicht können das jederzeit umbiegen. Noch alles möglich, aber wir sehen's, Hoffenheim ist hier am Drücker, Mimeti. Dauert lang, hat dann aber eine gute Idee, Krummbiegel. Krummbiegel, Collion, der steht 2-0. Der kommt gut, die Chance, und es steht 2-1. Der Anschlusstreffer durch die mitbeste bei Turbine Potsdam, Alisa Grinchenko. Das ist spielerisch so gut von Hoffenheim. Mimeti, er steht 3-1. Was für ein überragender Spielzug. Jessica, der Filippo. Viele Aktionen, hier verspringt der Ball ein bisschen, macht sie trotzdem gut, und mit Glück die Chance. Latte! Maschenmengen, gut, kein Abseits. Köstler! Und auf der Linie, kurz davor, gerettet. Das ist gut gespielt von Naschenwengen, Köstler, und er hat natürlich gesessen. Nicht so, aber mit der Kanadierin. Alba. Corley, wieder mal künstlerische Pause, aber wenn, dann richtig. Corley. Und er steht 4-1. Corley. Gut, Billard! Und er steht 5-1. Corley. Corley, super! Klasse Parade, und es steht trotzdem 6-1. Billard, ein ordentlich Zug, und die letzte Chance, der letzte Abschluss. Das war's. Die TSG 1899 Hoffenheim gewinnt mit 6-1 gegen Turbine Potsdam. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.